Hallo zusammen, heute gibt es einen kleinen Vlog. Wir sind unterwegs in Schottland, gerade in den Highlands, fahren hier mit diesem wundervollen Skoda Octavia hinter uns auf der Strecke gefunden. Ein kleines Anwesen mit einer Brücke, hier eine Lodge, kann man sogar drin übernachten und so sieht es außenrum aus. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, wir sind jetzt hier am Glen Finan Viaduct, wie ihr seht, das ist die Eisenbahnstrecke aus dem Film Harry Potter und ist ein genialer Fotospot. So und jetzt laufen wir mal zum Monument und das ist hier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wake up now, wake up now, wake up now, wake up now, cause Marianne is a healer, she had pain on the mind, she said your money's your money's son. Ja, das war jetzt eine kleine Tour durch diesen Sumpf-Landschaftsweg, war sehr interessant, auch von der Tierwelt und ich hätte gesagt, wir sehen uns beim nächsten Ziel. Bis dann. And I am surviving on you, and only you, oh I am addicted, you know I am addicted, oh I'm so addicted to you.